wir sind zurück für ein zerstörerisches morcons let's play für die fraktionen halt fraktionen spielen wir durch das spiel spielen wir nicht noch mal ganz bis zum ende durch die letzten missionen die waren dann einfach schon noch repetitiv aber ja wir werden uns diese rüstung gönnen mit zeit und aus diesem tracks zu draus gehen ich will beitreten alter wegen meines wunsches ich möchte den morcons beitreten natürlich das ist ein gutes recht durch kannst tod ist der stillstand bedroht dass du seinen platz einnimmst ist nur recht und billig aber sei dir bewusst verschreibst du dein leben rabak wird dich keine andere fraktion mehr aufnehmen sei dir also sicher ob du das möchtest das ist mir bewusst ich will ein mokern werden so sei es dann lass mich dir rabaks eid abnehmen kann war dein opfer das zünglein an der waage dass den stillstand im gleichgewicht hielt deine entscheidung ihn zu rabak zu schicken hat es gestört um den stillstand zu wahren wirst nun du kannst platz einnehmen bist du bereit seine pflichten zu übernehmen ja bist du auch bereit in rabaks namen zu bluten ja jeglichen schmerz zu erdulden den er dir auferlegt ja und wenn es sein muss den tod zu erleiden wenn es dem erhalt des stillstandes dient ja dann nimm diese rüstung als zeichen dass du rabak als deinen herren akzeptierst du hast dich bewiesen und dir deinen platz bei uns mit blut erkennt du bist nun einer von uns die nur äußerst selten einem fremden zuteil wird lass uns die entscheidung dich aufzunehmen nicht bereuen ich nehme an du hast fragen warum schau ich wie ein kimp aus bekomme ich noch weitere ausrüstung du bist jetzt im rang eines bluthundes und jedem bluthund steht eine komplette rüstung zu einen teil davon hast du ja bereits von mir erhalten den rest wirst du von nun an kaufen können wenn du dies wünschst geht zu unserer rüstungshändlerin bei tengis sie wird dir diese nun verkaufen hast du sonst noch fragen wie geht es jetzt für mich weiter du hast jetzt ein paar dinge zu erledigen pass gut auf zuerst wirst du zu mordrak in die blutzisterne gehen er wird dich in die geheimnisse unserer gesellschaft einweihen und dir beibringen wie ein morgon zu kämpfen und dann solltest du dich auf khan's alten posten blicken lassen alles was khan gehört hat gehört nun dir sein zu hause seine habseligkeiten und seine pflichten fragen die khan gestellt wurden werden nun dir gestellt alles weitere wird sich ergeben jetzt muss ich mich aber wieder um meine eigenen angelegenheiten kümmern braver sei mit dir ach jacks dazu wie langweil geklungen als er die fragen alle mit ja beantworten hat müssen ja mach weiter berieten der schmerzen du kannst sie im altar benutzen das heißt wie kann ich bei euch aufsteigen du hast also ambitionen vandale zu werden ja so einfach geht das nicht du wirst dich erst mal auf deinem neuen posten behaupten müssen wo du gebraucht wirst weißt du bereits geh ich glaube sonnenbrille kann ich das ganze let's play oben lassen stufe 52 auf stufe 26 runter lockt ich mit moordark auch ich eine andere hose was meint ihr das grau schaut da gar nicht so schlecht aus und überhaupt das ist glaube ich ein bisschen stärker als die andere hose die sie mir geben werden du bist du wie konnte ein wurm wie du den großen kahn besiegen passt dir was nicht oder willst du sicherstellen dass du der nächste bist hast du kätzer überhaupt eine ahnung wer ich bin nein aber freunde werden wir wohl nicht mehr anstatt in unser heiligtum hätte man dich in einen käfig verfrachten sollen klär das mit badur bis dahin richtig mich in karns behausung ein die gehört nämlich jetzt mir fühle dich nur nicht so sicher der schmerz hat noch jeden gefügig gemacht und dann endet deine arroganz dann trifft es sich ja dass du mich jetzt lehren sollst ihn zu ertragen waha du ist also tatsächlich der meinung dass aus dir ein wahrer morgon werden könnte er irrt aber er soll seinen willen bekommen folge mir in die blut systeme dort überzeugen wir uns von deiner zähigkeit was genau passiert jetzt schweig ich kann es nicht leihen wenn worte achtlos verschwendet werden auf deinen schultern lastet karns erbe halt also gefälligst einen mutter ich ausgepeitscht zu mir ja du willst also lernen wie wir aus schmerzen kraft schöpfen nun zeig mir erst einmal wie viel du aushalten kannst sie die rüstung aus gut hauptsache du bringst mir etwas bei dafür musst du erst einmal die prozedur überstehen sprich mich an sobald du dich deine rüstung entledigt hast die sonnenbrille kann ich oben lassen oder da steht das doch schon wieder magie du fickst es selbst schaden zu ritzen verdammt 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 das ist doch nicht ganz nackt das zählt das denn schon Helm runter wenn du dich das ist eine Brille du Idiot verdammt verdammt jetzt bin ich zehnmal so weniger cool minus zehn auf coolheit nein nicht messen verdammt was habe ich mit meiner Brille gemacht habe ich meine Brille zerstört nein wo ist meine Brille nein 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 oh du hast recht jetzt weiß ich wie sich Schmerz anfühlt wahrer Schmerz meine Brille ist weg ich schalte die Augen gehabt ich sehe die Tränen schon ich sehe die Tränen schon meine Brille zerstört aufs Beitschen ist dagegen gar nichts bereit dich dem Schmerz zu unterwerfen den habe ich schon den habe ich schon fangen ich nein das übernimmt jemand anderes ja Peiniger du wirst so lange auf ihn einprügeln bis er am Boden liegt und du wirst es ertragen beweise mir dass ein Mordkorn in dir steckt verstanden ja ich soll mich zusammenschlagen lassen exakt ich werde zugucken und mir mein Urteil bilden los jetzt solange du nicht mit dir rumspielst was soll das Gebaren zwei Schläge zwei Schläge hat's genug zwei Schläge er soll zu Sinnen kommen du erholst die Schnädel bist ein zäher Bursche hast du dich genug amüsiert du hast die Prüfung bestanden mehr muss dich nicht interessieren und jetzt unterrichtest du mich sehr zu meinen missfallen ja war nur das wille soll entsprochen werden komm zu mir wenn du wissen willst wie aus Schmerz macht gewonnen wird ich will von dir lernen gut je eher ich dich wieder los werde desto besser was kannst du mir anbieten alter Mann mehr zu ignorieren ok das ist das Ritual Ritzen gelernt du fügst dir selbst Schaden zu Raserei Nahkampfschaden Zutwäsche das kann ich ignorieren das meine Bild ist einfach ausweichen ermöglicht dir die Rit des Schmerzes zu lernen erhöht deine Austausch also nur Buffs da generiert deine Lebensenergie so lange der Ritus aktiviert ist deine Schläge sind schneller ich hab keine Lernpunkte ich hab keine Lernpunkte ich hab keine Lernpunkte alles klar Jungs habt ihr Spaß Rituale geben dir da auf der Boni wenn sie aktiv sind sie werden aktiviert sobald deine Lebensenergie eine gewählte Schwelle unterschritten hat je niedriger die Schwelle desto stärker wirken die Rituale also ich soll mit null Leben einfach herumlaufen ich bin mir nicht sicher was ich mache aber ich bin sowieso One-Shot-Checks also ist es sowieso egal was ist das jetzt? ok verstehe das heißt wir rennen einfach mit so viel Leben herum und schlafen nicht deswegen ist Guffin da damit wir die Effekte vom Schlaf nicht empühren das war das nächste Sicht meines Aufsehers irgendwas zu sagen du du darfst durch ok das war nicht sehr viel was sagt meine Stimme die Stimme des Brauns ah Karns Erlöser gepriesen sei Ravaks Weitsicht wie lauten eure Befehle Herr? was soll das Gehabe? Karns Lebensfunke mag erloschen sein aber der Eurige brennt fort ab jetzt bin ich eure Stimme und ergebener Diener wenn das so ist kannst du mir sicher sagen was von mir verlangt wird gewiss der Posten eines Aufsehers kennt weder Schlaf noch Pause Recht muss erlassen gesprochen und durchgesetzt werden aber bevor ihr beginnt solltet ihr Mordrak in der Blutzisterne aufsuchen nicht nötig ich hatte bereits das Vergnügen gut in dem Fall gebt mir Bescheid wann ihr euch des ersten Problems annehmen wollt also kein Schlaf und keine Pause wie bei Amazon halt ja Karns Entscheidung Abwerber und Resistente am Tor Wache halten zu lassen bedarf einer Korrektur ich mag einfach Dimitri zu sehr ok machen wir Dimitri bleibt wache Marat muss weichen so wird es geschehen ich werde sie unverzüglich in Kenntnis setzen das übernehme ich selbst gut ich werde dich so lange vertreten das würde ich ihm selbst sagen Wunsch hat Jacks Macht schon ich glaube das ist eine Abkürzung Fremde bleiben draußen in Streitfällen entscheidet Karn nicht du glaubst du etwa ich durchschaue dein Spiel nicht du schlägst dich auf die Seite der Ketzer ich werde es nicht länger hinnehmen dass du Ravaks Namen in den Schmutz ziehst und was willst du dagegen tun Wart's nur ab die Zeit ist immer für eine Überraschung gut das kann ich für dich tun wie ich sehe gibt es Streit ja wieder einmal Resistente und Abwerber das kann nicht funktionieren deswegen werden die Abwerber in Zukunft allein das Tor bewachen ich hab mich wohl verhört Karn würde niemals der hat ausgedient ich bin jetzt am Drücker mach einen Abgang nascheln aber das ist noch nicht das Ende was ist ein Problem alter den Abwerbern das Tor zu überlassen war keine gute Wahl die Fremden werden wie die Ratten über uns herfallen so bring 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 die Ratten ich werde es ja alle Jahre wieder raus freistoßen rauskicken ich sollte meine Rüstung wieder anlegen das Ding naja ich brauchst das nicht zusammen aber das passt überhaupt nicht zusammen wo ist meine Brille oh hey später ok in der neue Karn wusstest du das schon alles klar Dimitri hörst du das? nein sollte ich? eben nicht kein Streit kein Geschwätz endlich Ruhe am Tor das würde mir auch gefallen als Intro-Wert hey wolltest du was von mir nicht haben du hey warte mal ich habe gehört dass Bahadur dich als Morkon eingeschworen hat ich wollte dich nochmal fragen ob du es dir überlegt hast was meinst du du weißt schon wir also die Anhänger Krytons wir könnten wirklich jemanden gebrauchen der für uns als Maulwurf arbeitet du hast mir gar nicht erzählt wie du eigentlich hier gelandet bist wurdest du von den Abwerbern gefangen genommen? nein ich bin freiwillig hier äußerst ungewöhnlich hm das heißt du kennst dich da draußen aus ich bin schon etwas herum gekommen das ist gut ich könnte Hilfe von jemandem gebrauchen der freien Zugang zur Grotte hat und ein guter Kämpfer ist du willst also dass ich irgendwas töte? töten ist das falsche Wort zerstören wäre wohl der Begriff den ich verwenden würde kombiniere Zielobjekte sind mechanischer Natur das hast du gut erkannt du fliegende Dose ich möchte dass sie ein paar Roboter jagt ich brauche Servomotoren ich kann auch dafür bezahlen Roboter jagen das kenn ich das kenn ich wegen der Servomotoren wegen der Servomotoren woher bekomme ich welche? mit einer starken Waffe kannst du sie aus jedem Kampfkoloss oder jeder Kampfmaschine bekommen aber pass auf dass der Servomotor beim Kämpfen nicht kaputt geht das kann bei gewöhnlichen Kampfmaschinen ziemlich leicht geschehen oh wow wofür brauchst du die? ich bin Technikerin und arbeite an unseren Lakaien für sie sind die Motoren bestimmt die Dinger selbst herzustellen ist wesentlich aufwändiger als sie aus anderen Robotern zu entnehmen ich dachte du glaubst nicht an Ravak wieso arbeitest du dann für die Resistenten? hey geht's vielleicht noch lauter? um mal eines klarzustellen ich arbeite zwar nicht im Sinne Ravaks aber ich bin immer noch eine Morkon außerdem muss ich meine Stellung wahren ich darf nicht auffliegen ich bring dir deine Motoren sehr gut 5 Stück würden mir für den Anfang reichen allerdings nehme ich dir auch alle weiteren ab von den Dingern kann ich niemals genug bekommen da fehlt noch was ja Mutorn ich möchte für euch den Maulwurf spielen ich hatte sehr gehofft dass du das sagst dann komm mal mit ich muss dir jemanden vorstellen wohin gehen wir? wirst du gleich sehen wir reden wenn wir da sind ich will keine unnötige Aufmerksamkeit erregen ich will noch ein Thumbnail hey schlech dich aus meinem Thumbnail-Typ passt schon, passt schon wo ist sie? ich hab sie schon verloren oh je der Weg kriegt uns das ist Dimitri dann weiter ja 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 das ist der Bartender wenn du mal cooler hast ich hupfe runter bin Badass lande natürlich immer auf meinen Füßen ob sie ist auf meine andere Frau durchgeklitscht das ist schon mein dritter Tag ohne Schlaf für einen Druck kriegt das nicht ja man könnte fast sagen ich wäre effektiv ich wäre fast in Alpsach beigetreten weil ich so effektiv bin aber die schlafen mir dann doch zu viel keine Ruhe, keine Pause das gefällt mir lieber warum redest du eigentlich nichts das ist der Typ der in der Mine arbeitet das ist mit dir nichts das ist doch nicht der Typ der in der Mine arbeitet oder? mit dem hab ich's mir schon verspaßt oh je los, hier runter ah, bitte nicht der Typ der in der Mine arbeitet wir verstecken uns hier unten in den Tunneln es ist nicht mehr weit ja, jetzt hat sie die Tunnel Snakes oh Tunnel Snakes bitte Tunnel Snakes und wir ruhen hier müssen wir nach rechts oh, das ist gerade echt geblendet oh, wie weit führst du mich? warte hier bist du wahnsinnig? warte, lass mich du hast echt diesen Fremden hier angeschleppt? beruhig dich Bogo er kann uns helfen er steht auf unserer Seite wer sagt mir, dass er uns nicht verrät? dazu hätte er bereits mehr als genug Gelegenheiten gehabt er muss zu Lazar auf deine Verantwortung na klar und hör auf mich Bogo zu nennen du hast Bogo gehört wir können weiter du sollst mich nicht Bogo nennen hallo? lass uns keine Zeit verlieren folge mir hast du auch so blass aus wir sind gleich da warte bitte bis ich alles klar Bogo Bogo nur weil Ivica dir vertraut heißt das nicht, dass ich es auch tue und wenn du mich noch einmal Bogo nennst hau ich dir die Zähne raus schlimm genug, dass Ivica sich das nicht abgewöhnen kann ich hoffe euch ist niemand gefolgt kein Problem Bogo verstehe ich dachte, dass wir die Chance geben ihn nochmal Bogo zu nennen ja, warte bitte bis ich dich vorgestellt habe nicht, dass Lazar noch etwas Falsches denkt ich bin Jerks da kann man sich nichts Falsches denken das schaut nach einer Folterkammer aus so, warte kurz ich hoffe du hast dir das gut überlegt hör mir zu, er kann uns helfen Bahadur hat ihm Khans Posten gegeben ist das wahr? warte hier Ivy, ich will selbst mit ihm reden du bist dann wohl Jax ich muss zugeben ich hätte es lieber gesehen wenn Ivica dich einfach aus dem Weg geräumt hätte aber sie scheint etwas in dir zu sehen und ich vertraue ihrem Urteil dir ist bewusst wer wir sind und auf was du dich hier eingelassen hast oh nicht so richtig hilf mir mal auf die Sprünge habe ich mir gedacht du hast schließlich auch einiges nachzuholen was willst du wissen? warum ist Krone in meinem Gesicht? ich habe Fragen wie gesagt, ich beantworte sie wenn ich kann wer ist Kriton? Kriton ist eine Idee der Wunsch, dass die Morkons sich der Welt öffnen Ravak steht für den Stillstand unter seiner Führung ist alles verboten worden das Handeln mit Außenweltlern das Bekommen von Kindern die freie Meinungsäußerung all das wäre unter Kriton kein Problem warte mal, ihr könnt keine Kinder bekommen wie bekommt ihr dann Anhänger? wie viele Anhänger Kritons gibt es? früher waren wir nur sehr wenige eingeschworene Familien aber durch die Öffnung zur Außenwelt konnten wir neue Verbündete gewinnen du meinst Menschen außerhalb der Grotte? ja, zum ersten Mal haben wir regelmäßigen Kontakt mit Leuten von draußen wir haben eine geheime Beziehung zu den Outlaws aufgebaut sie versorgen uns mit Informationen und allem anderen was wir so brauchen im Gegenzug schmuggeln wir Wertsachen für sie aus der Grotte wie kommt es, dass ihr noch nicht gefunden wurdet? weißt du, wir sind hier aufgewachsen ebenso wie unsere Eltern und deren Eltern wir kennen diese Gesellschaft sehr gut und wissen wie wir in ihr unbemerkt bleiben und seit die Tore zur Außenwelt geöffnet wurden haben die Resistenten sowieso alle Hände voll zu tun ihren ach so wertvollen Stillstand zu wahren niemand sucht uns wie versorgt ihr euch hier unten? so wie der Rest auch wir verspeisen die Rappen da das alleine aber nicht ausreicht bedienen wir uns bei den Vorräten der Resistenten ihr verlasst bewusst eure Deckung riskant das ist es aber wir sind geübt darin unerkannt zu bleiben wenn du willst zeige ich es dir warum bin ich hier? du bist in einer einzigartigen Position für uns ein freigeborener Mensch der sich den Morkons angeschlossen hat aber den Zielen Kritons nicht abgeneigt ist es gab zwar schon Fremde vor dir die sich den Morkons angeschlossen haben aber niemand dem wir hätten vertrauen können und du hast dazu noch Khans Posten eingenommen was dich in die einzigartige Lage versetzt Entscheidungen treffen zu dürfen kommen wir dazu was du für uns tun kannst es müssen immer mal wieder neue Posten besetzt werden um den Stillstand zu wahren in deinem Rang wird Bahadur dich vermutlich noch keine allzu wichtigen Entscheidungen treffen lassen aber wenn es soweit ist gib Bescheid wir hätten da Leute die wir gerne auf höheren Positionen sehen würden ah cool 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 das so schon durchgeklitscht dann bist du blass was ok ok so den Rest machen wir in der nächsten Folge das werden viele Geräte jetzt wahrscheinlich speichern Peace out jetzt auf 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 auf